hallo und herzlich willkommen bei bad dog gamble ich bin heute wieder auf die hat nach dem ticket und dort habe ich das spiel seos die ich jetzt mal starten 3 machen das habe ich schon lange nicht mehr gespielt da bin ich mal gespannt da sind wir in zero city ich habe kein zombie mehr der mir hilft da steht gar nicht mehr draußen gut dann dann öffnen da ist er so dann gehen wir mal die detailsqueste durch ich müsste hier 6 Werbungen anschauen dass wir dann diese quest diese quest und die Bankweste werden müssen Bahnhof gut dann machen wir den Bahnhof zuerst ist ja schon alles kaputt hier wir sind noch nicht so weit auf dem Bahnhof beginnt den Hauptzug 3 3 4 5 6 1 2 obwohl das war das bestätigen den Kampf in den Kampf 3 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. F8. Ich liebe dich. Was ist das? Mal schauen wie weit wir sind Was ist das? 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 Und? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Jetzt schaue ich mal etwas in pvp... Ach gut... Den könnte ich aber nicht er110 Und... Dankeschön. Jawohl. Die Akrine erwartet. Wooh! Ich weiß nicht, was ich hier war. Ich weiß nicht, was ich hier war. Oh! Ich habe gewonnen! Nice! Und der wäre hundert mehr stark. Hunderttausend. Das eine Stärke war. Meine Stärke ist eine Stärke. Komm mal hier nach. Oh! Der ist auch gut. Das ist nicht immer klar. Ja! Bis zum nächsten Mal. Ach, wo gehe ich immer da rauf? Vielleicht, den schaffe ich auch noch. Ach, kein Problem. Wo rösten sie euch? Blieben mich seit 2 Minuten. Okay, ich will das für die Arena gehen. Arena, wir kommen. Dann kommt ein Wort gegen den Letzten. Okay. 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 Ich hab zwei Siege mehr. Ich dachte ihr werdet alle verlieren. Aber der war ja auch schon wieder um 100.000. Stärke als ich. Oh 380.000. Kein Problem. Ich muss den Werbung anschauen und das möchte ich ja nicht schalten. gar nicht machen muss ja wieder schneiden ein Angriff und danach gibt es wieder eine Arreba da ist ich komme Arena da bin ich da gegen den habe ich gewonnen und gegen den dann musst du auch gegen den auch gewinnen aber erst mal gegen den Koreaner ne der haut mich weg der hat mich gedötet man kann ja nicht immer so ein Glied haben aber hier und PvP Kämpfe 5 sind fertig also ich brauche kein PvP mehr zu machen jetzt nur noch sechs Werbungen anschauen der gehört dazu drei drei Tagesqueste ohne Werbung zu machen zwei haben schon fertig zum Beispiel das für einer das werden jetzt nur noch drei Kämpfe machen eine geht noch dann muss ich mich noch mal in der Arena anwenden um die letzten beiden zu machen äh weißt du was dann an Freunde verschicken das kann ich nicht hab keine Freunde hier nur Feinde Allianz geht auch nicht Bunker das könnte ich noch probieren die Invasion die kommt irgendwann bei uns und das Tages und das Tages und das Tages ja ich jetzt noch einmal ich mach das hier mal äh die waren fertig und hier ausbilden und hier wie 1113 den kann ich reinsetzen Schmier labor Oh noch 20 Sekunden total vergessen Was sind denn einfach aus? Oh, okay. So, alles einfach. Hm. Scheiße. So, knapp. Okay. Belohnung abholen. Ja, dann werden wir jetzt noch einmal kurz... ...die Leute hierher schicken, die noch eine Matheausbildung brauchen. Ich sag jetzt mal Mathe. Okay, die mal. Hier, die sind noch am Werken. 1, 1, 1. Der geht bis auf 40, Stefan. Dann können wir einsetzen. 1, 1, 1. Also, es geht immer um einen Stern. Also, ich hab da mal die Sterne hintergeschrieben hinter den Namen. Die hieß Belia, irgendwie was. Keine Ahnung. Mein Name ist Lang war, habe ich den letzten Buchstaben weggemacht und einen Strich einzeln gemacht für einen Stern. Sie hat einen Stern. 2 Sterne. 2 Sterne. Dann weiß ich mal genau. Aha. Okay. Die gehen nur bis 20. Die gehen bis 40. Dann kann ich die hier reinsetzen. 1, 1. Die sind dann Arbeiten oder Ausbildung. Der geht bis 40. Und ich fange mal von hinten an. Weil ganz hinten immer die sind, die noch nicht so eine gute Ausbildung haben. Okay. Ich denke mal, da kann ich keinen holen. Weil ich das, soweit ich weiß, schon alle ausgebildet habe. 2 Sterne gehen bis 40. 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. Und das gibt bis 80. Aber ich kann nur bis 70. Aber ich kann nur bis 70. Das geht nur bis 70 bei mir. Gut. Und dann muss ich jetzt noch einmal kurz gehen. Leute alle an den Arbeitsplatz anpassen. Die Sachen ablehnen. Da brauche ich auch keine Metallrüstung mehr. Oder Schweißrüstung. Oder Gießereihrüstung. Ich kann ganz normalen Straßensachen dort eine Ausbildung machen. Weiterbildung. Weiterbildung Auch. Gut. Dann haben wir hier einmal Stahl. Zwei Leute. Und Stahl. Schauen wir mal, ob wir es haben. Stahl hier. Stahl. Stahl. Von Zumbii. Von Gassi. Von Zumbii. Von Gassi. Von Gassi. Das war Holz. Ja, das war's dann auch. Oh, die nächste Person dran. Der war besser. Die Sonne ist besser. Und? Fertig. Ich hab hier kein Tablet mehr. Schade. Gut. Wo ist das Feuer? Hier haben wir einen. Da mal durchklicken, da mal schauen. Das ist nur einer. Geht muss das. Und das glaube ich sein, war das. Oh, das ist okay. Und das war's auch schon. Am Forderung 32 oder 31. Meiner ist nur 30. Gut. Dann geht's hier zum nächsten. Gibt's einen neuen Holzwurm. Da zwei Stück. Die beiden. Dann schauen wir nach dem Holzwurm. Drei. Oh. Drei. 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 Ah 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 Jawohl Okay Da ist auch schon wieder vorbei Da kommt jetzt die nächste Person dran Ich habe hier auch schon mal sehr viel aufgeräumt Ich hatte mal so viel Sachen immer Geld und so dass ich die ganz kleinen Sachen teilweise schon weg geschmissen hatte Aber man kriegt ja immer wieder was Neues dazu Und Dann sammelt sich da so einiges an Das Schlimmste ist immer mit dem Essen Da kriege ich immer so viel Sachen von Da ist schon wieder drauf Der ist schon wieder drauf Der ist schon wieder drauf Schon wieder Okay Wann durch Essen ist da ein neuer drinnen? Nein Hier ist Ach Doch da ist ein neuer drinnen Chemie Da Labor Ah Oh Boah 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 Und schon wieder durch Gut Das war's Gut Dann werde ich gleich mir die ganzen Werbungen noch einmal anschauen Was heißt noch einmal? Einmal anschauen Damit ich die Quest fertig kriege Also mache ich die Werbung Das fertig Das fertig Und Dann kommt Die mache ich dann noch schnell fertig gleich Und Und das war's Gut Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen Ich will mein Ticket Oho Ticketaboy Ticket Stetigen Dankeschön fürs Zuschauen Ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid Bis dann habe ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen Ciao 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 Vielen Dank.